Willkommen zurück zu Gatoroboto. In der letzten Folge haben wir den Wärmetauscher repariert und jetzt frage ich mich, wir haben erstmal das Wasser entfernt, also die Überflutung gestoppt, jetzt haben wir die Wärme entfernt, es ist schon wieder kühl, was kommt als nächstes? Sollen wir jetzt den Strom reparieren? Nein, wir werden es jetzt sehen. Auf jeden Fall wird es nämlich noch eine dritte Aufgabe geben, habe ich hier schon gesehen. Zwei Aufgaben haben wir geschafft, jetzt gibt es noch eine dritte. Mal schauen, welche das ist. Computer, ein Update bitte. Ich will dann die Katze die ganze Arbeit erledigen. Danke für das Update. Auf geht's, Kätzchen. Ihr habt ihn gehört. Wow. So, aber ich glaube... Wo, 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 okay. Ich gehe erstmal alles hier, bevor die mich alle treffen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch, kann das sein? Boom. Jetzt ist es auf jeden Fall warm und jetzt können wir hier die Blöcke zerstören. Wahrscheinlich konnte man das vorher nicht. Ich weiß es nicht, da war ich vorher noch nicht. Hier ist irgendwas? Nein? Doch, auf der linken Seite. Hm? Okay, das will ich kurz abchecken. Geht nicht. Doch von da, von der anderen Seite raus. Also von hier. Aber von hier sind wir doch gekommen. Achso nein, wir sind nur da runter gegangen. Hier waren wir noch nicht. Aha. Was gibt's denn hier, Feines? Kiki, schau mal nach. Was gibt's denn hier? Vielleicht eine Kassette? Äh, was? Okay, einen Fahrstuhl. Mal gucken, wo der uns hinführt. Hey Kiki, wir müssen etwas besprechen. Miau. Keine Sorge, Kätzchen. Ich habe ein paar Informationen über dieses Gebiet. Die Lüftungen sind recht schmal. Du kannst dich hier also nicht auf den Mac verlassen. Miau. Geh's einfach langsam an, dann geht sicher alles gut. Miau. Okay. Vielleicht ein kleiner Bonusort? Ich weiß es nicht. Okay, ich kann mich grad nicht bewegen. Lüftung. Oh, hier müssen wir hin. Ach, sieh mal einer an, du. Was war denn da oben? Ah, muss wieder Backtracking später machen. Mach jetzt nicht. Okay, anscheinend ist diese letzte Passage für Kiki ganz alleine gedacht. Und nicht für ihren Mac. So, kleine Kiki, dann suchen wir jetzt mal einen Weg hier raus. Beziehungsweise einen Weg, alles zu fixen, besser zu sagen. Ja, hier gibt's viele Gegner, das dachte ich mir schon, dass man hier von den Gegnern ausweichen muss. Oh Gott, das ist fies. Oh Gott, das ist fies. Äh. Mhm. Abwarten. Jetzt kann ich runter. Nein! Ah, ungeduldig. Da war ich so ungeduldig. Okay, dann respawne ich aber wieder hier. Okay. Das ist zumindest fair, dass man hier spawnt. Finde ich. Okay. Ich kann auch einfach ganz schnell durch. Wow. Ist mir nicht aufgefallen. Gut. Ähm. Okay, diese Karte. Oh, da ist ein Save. So ein ganz kleiner Save hier auch. Cool. Ja, ich muss zugeben, ich mag irgendwie diese Area. Ich find sie ziemlich cool. Ja, und wir werden, glaub ich, ziemlich oft in dieser Folge explodieren. Ja. Ich seh's schon kommen. Ja. Ja, ich seh's kommen. Das wird ein Ort sein, der mir nicht ganz geheuer sein wird. Ah. Ah. Ah, crap. Ja. Ähm. Wie komm ich da überhaupt durch? Unten durch wär ne Option. So. Halt. Ja. Dann hier hochklettern. Da können wir nicht runter. Nee, da klettert... Ich geh sofort an die Wand. Oh Gott. Wandsprünge. Timen. Aufpassen. Aufpassen. Hier ist Wasser. Und die sind Bomben. Die sind mir nicht ganz geheuer. Hey Kiki, hör mal. Siehst du dieses... Oh. Tut mir leid, Kids. Ich helfe voll einfach gern. Sieht so aus, als ob du das alleine schaffst. Ich bin so stolz. End und aus. End und aus. Okay. Das ist doch schön, wenn du stolz bist. Okay, da können wir nicht lang. Aufpassen. Ah, die leben wieder. Nein. Wow. Wow. Was macht denn der Knopf? Hm? Was macht denn der Knopf? Der erscheint hier... Wasser macht da der Knopf? Was genau macht der Knopf? Irgendwas tolles, hoffentlich. Ah! Der macht die Lüftung weg. Alles klärchen. Nein! Nein! Das sehe ich auch ganz hinten. Ja! Ah! Ja. Äh. Ich glaube, das wird ein Ort, der mir nicht sehr gefallen wird. Äh. Ja. Ich muss alles mal machen. Crap. Ja. Ähm. Keine Ahnung, was ich erzählen soll. Das wird ein schwieriger Ort. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt schon circa ein Drittel oder so. Das spielst du ich. Das sehe ich anhand der Achievements. Dass wir... Wow! Ein Drittel ungefähr der Achievements haben. Okay. Na, 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 na. Dabei hätte man doch... Bestimmt die Gegner distracten können oder nicht. Aber nein, das geht aber nicht. Mit dem Ja und Ja auch. Damit kann man keine Gegner distracten. Aber wir kriegen ein Save. Den brauchte ich. Oh, 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 oh. Okay, der Bot für uns. Okay, checkt. Hey. Hey, hey, hey. Nein, 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 nicht da runter. Genau, hier lang. Genau. Ich möchte nämlich hier lang. Gut so, gut so. Hier noch. Hier noch. Schnell, komm. Dankeschön, mein Freund. Bitte hier noch. Dann kann ich nämlich... Oh, 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 oh. Hier lang. Und dann kriegen wir ein Energy Kit. Jetzt haben wir zwölf Herzen. Mit den Mac natürlich nur. Wo mich das Ding sieht, schnell nach rechts. Hier ist hoffentlich ein Save. Nein ist hier nicht. Oh Gott. Ah. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Schön weglocken. Oh, das ist safe, das ist safe. Gib ihn her. Yes. Wir haben den safe. Okay. Bye bye. Woah. Woah, 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 woah. Oh no, nein. Okay, das ist ziemlich schwer. Das ist wirklich, wirklich schwer hier. Das geht noch, okay. Aber die Bomben hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Okay, das ist fies. Aber wir haben den Safe. Aber da rechts gab es noch was. Ich möchte mal, ich habe den Safe hier. Komm, ich kann es mir leisten. Noch mal kurz zurück zu schwimmen. Einfach aufpassen. Hier rechts gibt es noch einen Bonus bestimmt. Nein! Okay, okay. Das ist für später wahrscheinlich dann. Habt ihr gesehen, da geht es nicht lang. Schade. Wow, 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 wow. Noch mal kurz saven. Dankeschön. Okay, hier geht es. Ah, da unten ist die Röhre. Diese Glasröhre aus Mario 3D World. Okay. Wow, wow, wow. Ah, Kugelfische. Okay. Ja, aber ich mag diesen Ort. Schöne Herausforderung. Mit Kiki ganz alleine. Nur leider muss sie halt jetzt schwimmen. Das ist schon mir natürlich der Leid für sie. Weil Katzen mögen kein Wasser. Sind eher so ein Milchfreund. Ah! 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 Wow! Okay, jetzt wird es wirklich schwer. Aber fairerweise gibt es überall Checkpoints. Das sieht man nicht oft in solchen Spielen. Okay, der letzte ist fies. Äh, abwarten. Keine Ahnung. Okay, rüber springen hat geklappt. Einfach rüber springen und hoffen, dass das Timing gepasst hat. Okay. Blam, 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 blam. Oh, da können wir nicht hoch. Nein, wir müssen hier runter droppen. Und kriegen ein Checkpoint. Der nicht richtig aussah. Nochmal ein bisschen richtige Emotion. Dankeschön. Wow, 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 wow! Nein! Die Maus! Oh Gott! Oh no! Wow! Die Maus! Ah! Ah! Oh mein Gott, sie ist knack! Die ist echt knack! Wow! Mal rauf, mal rauf, mal rauf! Mal rauf! Mein Gott! Der Lamm! Aufpassen! Okay! Oh Gott! Äh! Hoch da, hoch da! Oh, er ist schon da, er ist schon da! Oh nein, die Minen, die Minen Wow Oh, das ist richtig intens Muss erstmal kaputt gehen, die Mine Ich kann nichts machen Okay, an der Seite Okay, ich hab's Ich hab's Ist das nicht weg? Alter, wie lang dieser Raum ist Okay, das war richtig cool Aber auch sehr intens Ne, da können wir nicht lang Okay Und wir haben unsere Mech wieder Oh yeah Und hier gibt's einen Kampf Autsch Komm her Bam Yeah Wir haben jetzt 12 Hit Points Oh verdammt, ich hab ganz vergessen Ich wollte ja die Farbe ändern Oh, es tut mir so leid, Leute Oh no Ich hab's ganz vergessen Oh, Leute, es tut mir wirklich leid Ich hab's vollkommen vergessen Aua Ich hab's so vergessen Oh Gott, jetzt fühl ich mich schlecht Jetzt fühl ich mich schlecht Weil ich's vergessen hab Yay, yay Äh, was macht das hier? Was ist hier die ganze Zeit am explodieren? Moment, bevor wir jetzt weitergehen Da reicht's Ich hab's schon mal ganz kurz Kommt, dass, äh, ne Sackgasse ist Weil das sieht aus, wenn das eine Sackgasse ist So möchte ich dir ganz kurz hin Kurz heilen Sehr nützlich Ja, ich glaub, wir machen nächste Folge so ne Doppelfarbfolge Weil, oh Gott, ich hab's verpeilt Was ist das? Laborlogbuch von Dr. Heinrich Tag 642 Fehlerhaft ist eine gemeine Wortwahl Doch Bartlefs Gesundheitszustand verschlechtert sich in der Tat Das arme Ding So etwas hab ich noch nie gesehen Er muss irgendetwas stark krebserregendem ausgesetzt gewesen sein Was diese Idioten vom Sicherheitspersonal wohl mit ihm angestellt haben Ich will nicht, dass er stirbt Er ist mein einziger Freund Doch mir gehen die Ideen und die Medizin aus Und das Sicherheitspersonal schafft Verdacht Ich habe eine Idee, doch sie wird vermutlich vielgeschlagen Falls du dich erinnerst, in früheren Experimenten Habe ich das Bewusstsein einer Ratte mit dem Körper eines Frosches gekoppelt Meine Assistentin Dr. Rebecca Brown hat ihre Abscheu gegenüber diesem Projekt geäußert Was vermutlich an ihrer Allergie gegen diese Amphibien liegt Ich konnte dieses Experiment daher nicht wiederholen Doch wenn ich es konnte, es könnte klappen Wuff, 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 wuff Guter Junge Ich werde dir helfen, Bartlef Okay, interessant Und wir kriegen ein Upgrade Ein Kanonenmodul Kiki, du hast das Kanonenmodul Oh, das Modul macht deinen normalen Schuss deutlich stärker Feuer frei, Kiki Oh, wie cool Ey, das hätte ich jetzt gebrauchen können Ha, du wirst ganz schön beeindruckend Kiki Okay, das ist cool Wir schießen zwar jetzt ein bisschen langsamer Dafür sind wir aber einiges stärker Und das ist es auf jeden Fall wert Oh, sowas habe ich schon lange gewollt Und jetzt haben wir sowas endlich Yeah Oh, irgendwo macht die Boom, boom Oh, du bist das Hi, ignoriere mich bitte Ich muss so das Ding hier aktivieren Damit ich hier runter zu euch kann Und euch umbringen kann Oh, ja, wir machen wirklich viel mehr Damage Ein paar Schüsse sind genauso viel wie eine Rakete mittlerweile Also das ist schon ziemlich gut Ich habe sonst immer nur Raketen für alles benutzt Aber jetzt können wir auch einfach ganz normal schießen Und machen ähnlich viel Damage Und das ist einfach nice Das hier ist nicht so nice Was macht der Frosch hier? Komm mal ab Wow 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 Bäm, 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 bäm Habe ich ihn? Yes, ich habe ihn Super Toll, toll Oh, noch ein Boss Haha Lass doch mal sehen Wie stark ich nun jetzt geworden bin Bäm, 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 bäm Haha Da können wir nicht lang Nope Wir müssen hier runter Wow 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 Okay Ähm Wo geht's lang? Knopf Speicherpunkt Ähm, okay Ey Muss ich das verstehen? Mhm 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 Interessant Aha Jetzt können wir hier ganz einfach wieder hoch Aha Und wahrscheinlich ist jetzt hier Das weg Aber wir können ja nur alleine mit Kiki hin Was, was hab ich denn hier? Bö Moment, was? Ich kann's aber auch nicht steuern Okay, interessant Cool, I guess Ich muss ganz ehrlich sagen Die Palette gefällt mir sowieso nicht so sehr Ich glaub, ist, glaube ich So nicht so schlimm Dass ich diese Folge Die zur Hälfte nicht hatte Ich mag die irgendwie nicht Die der nächsten Folge wird cooler So, da kann ich runter Yeah, safe point Oh no Obwohl wir so schnell müssen, ist es gar nicht Machen einfach, pum, peng Und müssen nochmal warten Ich kann ja wirklich nicht steuern, es geht nicht Ich muss warten, bis er hier ist und dann kann ich ihn erst angreifen Ja, okay Ah, es geht drumherum Oh Gott, nein, oh Gott, nein Hau ab Ich wollte dir irgendwas vor mir spawnst Wow Okay, das war ein schwieriger Raum, aber ich hab ihn hinter mir Cool, cool Ninja Katze Ähm, Bosskampf? Gegen die Maus Es war anregend, deinen Vortrag zu beobachten Wer ist da? Das hast du noch nicht herausgefunden Doch Ich weiß nicht, was du bist Doch das hier endet Jetzt Kiki, mach diesen kleinen Freak Platz Okay Bam 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 Aua Wow, wow, wow Ich werd dann rausgeschmissen aus dem Ding Für ne Zeit lang Oh nein Oh Gott Okay, das ist schwer Bam Bam Okay, ich hab's raus Oh Aber ich darf mich nicht so da ranlassen Bam Bam Okay, das ist ein cooler Bosskampf Dass man nicht sofort stirbt Sondern was einfach nur Das Ding kurz kaputt geht Für ne Zeit lang Was mach ich denn jetzt? Ach, wahrscheinlich Oh nein Wahrscheinlich ganz schnell außenrum wieder Oh Gott Was ein schwieriger Bosskampf Für den Ende des Parts Oh Gott, das gefällt mir überhaupt nicht Hier Bam 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 Komm schon Trau dich Jetzt schon los hier mit dieser Wow War ich den vielleicht falsch aus? Vielleicht muss ich sofort ausweichen, wenn ich sehe, dass er diesen Angriff macht Okay, wenn beide, wenn diese Flammen zu beiden Seiten gehen und beides kaputt geht und ich das sehe dann wahrscheinlich Bam 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 Jetzt Zack Ja So muss es wahrscheinlich nicht richtig sein Mhm Ja Das war richtig Bam Komm rüber, mein Freund Bam Bam Komm her Ich gucke es wieder aufs Maul Bam Oh, jetzt müssen wir raus Andersrum Oh, das war andersrum Oh, wie fies Oh, nein Oh, diese Maus ist so gemein Jetzt wirst du platt gemacht No, Gnade Jetzt wirst du platt gemacht Bam Bam Jetzt raus, 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 raus Okay, jetzt Jetzt geht alles fit Bam 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 Vielleicht macht das andersrum Das heißt, dass ich gleich von hier aus nach oben renne, oder? Ja Ja Ich kann nicht Okay Weird Gott, er ist schnell Er ist schnell Aber nicht gut Bam Bam Ähm AUSCH Ihr müsst ja echt zufrieden mit euch ein Genetisch in den Nahrung Und die Zeit ist so gut wie jung Was meinst du damit, Spinner? Tja, bald wollte ich eure Platz kennen Ja, beide Kiki, das macht mir langsam Angst Wir haben keine Wahl, jetzt weiterzumachen Viel Glück, Kätzchen Ja Muss ich überhaupt lang? Das geht in beiden Richtungen lang Nein Tut es nicht Hier komme ich noch nicht lang Wahrscheinlich ist das dann der ganze Rückweg Und wir müssen jetzt da rechts Okay Wow, was eine heftige Folge das jetzt war Okay Alle Lüftungen sind jetzt frei Warte mal, was das bedeutet Wir sollten jetzt ins Labor gelangen können Melden wir uns beim Nexus-Rechner an Und bringen das hier zu Ende Miau Gute Arbeit, Kiki Ende und aus Okay, vielleicht sind wir doch schon Fresh Air Vielleicht sind wir doch schon viel, viel weiter Als ich dachte Vielleicht ist das bald schon das Ende des Spiels Ich habe keine Ahnung Von den achievements Meinte ich halt Ein Drittel haben wir schon durch Aber Wow Wenn hier doch schon das Ende ist Ich habe noch nicht mal alle Paletten ausgerüstet Nein Aber gut Leute Ich würde sagen Wir gucken noch kurz Dass wir einen Checkpoint finden Und dann hören wir auf Für diese Folge Wenn es sich gefallen hat Würde ich mich freuen Wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid Und einen Like da lässt Würde mich freuen Wow Außerdem war der Kampf gerade ziemlich schwer Allgemein diese Passage hier Aber Ich bin natürlich ein Pro Ich kriege das easy hin Da können wir aber nicht runter Oh Ich weiß wo wir sind Ja Genau Wir sind wieder hier Haben aber nicht alles erkundet Aber ich denke Das können wir auch gar nicht Oder? Ich denke nicht Ich denke In den anderen Orten Können wir überhaupt noch gar nicht hin So Und deshalb lasse ich es auch Oder? Na? Hm? Na? Hm? Können wir da hin? Ich würde einfach sagen Wir gehen jetzt einfach wieder hoch Ich weiß nicht Ob man da noch was machen kann Vielleicht Bin mir nicht sicher Aber ich habe jetzt schon Angst Wird die nächste Folge schon die letzte? Zumindest für den Story Mode Story Part mäßig Verwirrend Naja die Folge ist sowieso Ich glaube ich ein bisschen länger als gedacht Und dann ist es ja nicht so schlimm Dass ich diese Diese Palette erst So spät benutzt habe Denke ich Ähm Ja Hier oben gibt es noch was Aber da können wir sowieso nicht hin Ne ne Alles klar Dann würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat Ich würde eine Posenbewertung freuen Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge Gato Roboto Wieder Nun können wir sogar hier hoch Doch das Was wir machen sollen Erfahren wir dann In der nächsten Folge wieder Bis dahin Und ciao Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.